Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Dieser Kerl hat mindestens 300 Riesen Ist der blind? Ein Blinden zu berauben ist nicht wirklich cool, oder? Dass er blind ist, heißt nicht, dass er ein Heiliger ist Das wird ein Kinderspiel, sag ich Also, es heißt, irgend so ein Mädchen hat seine Tochter überfahren Die Tochter stirbt und diese vor Geld stinkende Familie kauft sich frei Der Kerl ist ein Einzelgänger, ein Kriegsveteran Können wir? Er ist ausgenockt Jungs Wenn das Geld wirklich im Haus ist, dann vermutlich da drin Warum hast du eine Waffe? Wer ist da? Okay, Mann, ganz ruhig jetzt Schön da bleiben Und keine Tricks Dad, ich bin's Ich hab richtig Mist gebaut Jetzt seht ihr, was ich sehe Alex Alex Ich hab dich Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020